Hallo Leute, hier ist Halbs Riedis, direkt vom Gold's Gym, ein traditioneller Ort hier in Venice Beach, Gold's Gym, the Mecca of Bodybuilding. Alle großen Stars wie Arnold Schwarzenegger, jeden, den du kennst aus der Bodybuilding-Szene, aus der Filmszene, war hier im Gold's Gym. Für viele, viele Jahre, für immer, maybe für kurze Zeit oder zumindest einmal, aber dieses Gym kennt jeder hier auf der Welt. Es ist bekannt für seine Skills, für seine Fähigkeiten, dass Menschen lernen, wie kann man seinen Körper trainieren. Um deinen Körper richtig zu trainieren, um mehr Ausdauer zu kriegen, mehr Kraft zu kriegen, größeren Muskelumfang zu kriegen, für alles das. Du brauchst Skills und genauso ist es in Direkt-Selling und im Network-Marketing. Du brauchst Skills, damit du dich entwickelst. Welche Skills sind in Direkt-Selling und im Network-Marketing necessary? Du brauchst Skills für Sales, also für Verkaufen, für Recruiting, also ich gewinne meinen Geschäftspartner, für Onboarding. Wie bringt man die Leute ins Geschäft? Das ist die größte Schwäche für die meisten Leute im Network-Marketing. Sie rekruten Leute, aber dann haben sie möglicherweise nicht die nötigen Fähigkeiten, die Leute auch zu behalten. Viele starten, aber sie wissen nicht, was sie tun sollen, werden ins kalte Wasser geschmissen, motiviert, was zu tun. Aber dann wissen sie am Ende des Tages nicht, was sollen sie genau machen, um im Geschäft erfolgreich zu sein. Nur wenige kommen dann durch. Die lernen durch Try and Error, rausprobieren durch Fehler und sind dort bereit, weiterzumachen. Dann haben sie so einen kleinen Teil. Der Großteil, die würdest du am besten lernen, wenn du uns zeigst, wie es geht. Und dann können sie auch natürlich das machen, was alle erwarten, duplizieren. Ja, und die nächste Fähigkeit, du brauchst, ist Coaching. Wie kann man mit Leuten arbeiten, die länger im Geschäft sind? Also, lass uns schnell wiederholen. Du brauchst Fähigkeiten für Verkaufen, also für Sales, Fähigkeiten für Recruiting, für das Gewinnen von Geschäftspartnern, für die Einarbeitung von neuen Geschäftspartnern, also Onboarding, fürs Coaching, also für die abtägliche Arbeit, mit Geschäftspartnern und schlussendlich duplizieren zu können. So, und alles diese Sachen kriegst du hier bei mir auf diesem Kanal in den nächsten Sendungen. Ich werde dir viele, viele Sachen zeigen zum Thema Onboarding, Recruiting, Sales, alles, was du brauchst, um in diesem Geschäft erfolgreich zu werden. Hier war Harald Zeridis, dein Network Marketing Coach. Wir sehen uns demnächst auf diesem Kanal. Bis dann. Ciao.